Jo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog. Ja heute soll es mal um ein persönliches Thema gehen und zwar um meine Ausbildung und ja was ich halt gerade mache, was ich gemacht habe, versprechen vor drinnen, Schwanz im Mund. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Also ich habe nach der Schule, also ich habe Schule bis zur 10. Klasse gemacht, das heißt Realschulabschluss. Ja Realschulabschluss und nach der Schule habe ich eine Ausbildung angefangen und zwar war das Anlagenmechaniker. Am Anfang wusste ich überhaupt gar nicht, was das für ein Beruf ist und ja, da war ich ein Dreivierteljahr, bis mir so aufgefallen ist, ja das ist, es ist zwar nicht schlimm, also es ist okay, ich würde es machen, aber ich kann es mir nicht so richtig in meiner Zukunft vorstellen. Du musst halt direkt wissen, was du machen willst, weil wenn du ja zum Beispiel wie ich, ich habe das genommen, weil ich zu faul war, irgendwie die Bewerbung zu schreiben. Ich war einfach zu spät dran. Dann musste ich so gesagt das nehmen. Ich dachte so Anlagenmechaniker wäre was mit Maschinen, ja. Gas, Wasser, Scheiße, sagt man ja so gern. Ne, aber, oh shit. Das war für mich so, ja, wie soll es erklären. Ich dachte mir so, jo, das will ich in meiner Zukunft nicht machen. Ich will nicht als Anlagenmechaniker, äh, oder ich will kein Anlagenmechaniker sein. Ich will was lernen, wo mir, wo mir was bringt. Äh, wie zum Beispiel jetzt KFZ-Mechaniker. Ich habe die Ausbildung abgebrochen nach einem Dreivierteljahr und, äh, dann habe ich erstmal von April bis September gechillt. Also, ja, kein Geld. Das war eine schwierige Zeit, aber es war halt chillig, weil man nichts machen, okay. Ich musste eigentlich schon was machen, aber ich habe halt nichts gemacht. Und deswegen war das so chillig. Und, ja, jetzt habe ich eine Ausbildung als KFZ-Mechaniker. Sehr geil. Ähm, habe dann Praktikum gemacht und ich sagte, ja, wir sind eigentlich voll. Aber ich habe mich gut angestellt und dann haben sie mich noch eingestellt, obwohl sie voll waren. Finde ich richtig geil und mir gefällt es da übel. Richtig geile Arbeitskollegen. Äh, da ist da noch einer, der macht da eine Ausbildung und den kenne ich halt. Das ist auch geil. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass die Schule nicht scheiße ist. Ja, die Schule, äh, nicht die Schule, ich meine die Klassenkameraden. Und da ist da keine irgendwie voll die Toten rumrennen oder so. Da habe ich gar keinen Bock. So, wir gucken jetzt mal, ob hier ein Spot für ihr Wheelies ist. Und, ja, jetzt bin ich halt KFZ-Mechaniker. Äh, wen es interessiert, ja. Habe ein paar Kommentare, ein paar Nachrichten bekommen, als was ich arbeite. Jetzt wisst ihr es. Aber, Leute, falls ihr jetzt eine Ausbildung anfängt als Anlagenmechaniker. Es ist echt, eigentlich, es ist ja schon geil, wenn es euch interessiert und so. Ich meine, ich hätte es schon gemacht. Ich habe zu viel drüber nachgedacht. Ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, wäre da nichts. Aber, ich habe zu viel nachgedacht und dann habe ich halt meine Meinung geändert und abgebrochen. Aber, so ist es. Können wir nichts machen. Ist gerade ein bisschen durcheinander, was ich erlabere. Aber, auf jeden Fall, äh, wollte ich euch sagen, dass ihr auf jeden Fall nach eurem Traumjob suchen sollt. Und, klar, ihr wollt ja bestimmt nichts machen, was ihr nicht machen wollt. Ihr müsst was machen, was euch Spaß macht. Egal, ob es wenig Geld bringt. Äh, zum Beispiel bei mir, in dreieinhalb Jahren bin ich fertig mit meiner Ausbildung. Wer weiß, was, wo ich in dreieinhalb Jahren mit YouTube bin. Und, es kann ja sein, dass ich, keine Ahnung, also ich gehe schon mal davon aus, dass ich über 50k auf jeden Fall, vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Aber, es kann sein, dass ich da so zwei, drei hunderttausend habe und dann kann man nun mal so gut wie selbstständig, äh, davon leben. Verdient man halt cool. Also, mit YouTube selber nicht. Aber, schon, im Gesamt mit Amazon und so natürlich schon genug. Ähm, ja, hier sind jetzt noch ein paar Autos. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh dran oder Freitag halt. Ne, hier macht es nicht so Spaß. Weil einfach der Spot fällt. Ich habe hier keinen ordentlichen Spot, wo eine Seite einfach gerade ist von der Straße. Das gibt es hier nicht. Das ist richtig schlimm. Weder auf dem Ort, da gibt es halt so schmale Wege, aber die sind dann entweder so mit Spurrillen von Traktoren oder schräg einfach. Und da kann man nicht wheelen als Anfänger, wenn man da direkt schräg wird. Das ist genug über meine Ausbildung gelabert. Ihr wisst, was ich mache. Ähm, ja. Der FZler, da verdient man halt natürlich nicht viel, aber wie gesagt, in dreieinhalb Jahren. Äh, nach meiner Ausbildung, wie es da mit YouTube steht, weiß ich nicht, weiß keiner. Deswegen, ja, ich wollte am Anfang Industriemechaniker machen, bin zu faul gewesen, habe keine Bewerbung unterstrieben, beziehungsweise bespäht halt. Ja, nichts geworden. Aber ja, das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir haben noch gut Sonne. Also, von dem her, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mal ein paar Video-Vorschläge in die Kommentare. Äh, ich habe mir jetzt schon länger keine Gedanken mehr drüber gemacht. Sollte ich jetzt mal machen? Oder ich gucke auf meinem Handy, da schreibe ich immer so ein paar Themen auf. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier anfahren muss. Aber egal, also haut rein.